Wusstet ihr, dass Martin Demichelis als Trainer in FC 24 ist? Finden könnt ihr ihn in der argentinischen Liga, denn momentan ist der Ex-Profi Trainer bei River Plate. Und daraus lässt sich natürlich einiges machen. Als Spieler hat er unter anderem für Manchester City und den FC Bayern gespielt. Wie wäre es also mit einer Bayern-Karriere mit Demichelis als Trainer? Immerhin war der Verteidiger schon Trainer der U19 und von Bayern 2. Mit dem Argentinier könnt ihr eine neue Ära in München einleiten und schauen, dass ihr euer Scouting-Netzwerk in Südamerika aufbaut, mit dem Fokus auf argentinischen Talenten. Da werdet ihr auf jeden Fall einige Talente finden, die ihr nach und nach in die Mannschaft integrieren könnt. Den Kader könnt ihr neu formen, mit einem großen Einfluss aus Südamerika. Und Spieler wie Julien Alvarez, Exerciel Palacios oder Facundo Medina können mit weiteren argentinischen Superstars eine neue Achse neben den deutschen Nationalspielern bilden. Und natürlich solltet ihr ganz genau beobachten, wann Lionel Messi seine Karriere in Miami beendet und somit sein Region auf den Markt kommt. Der wäre das logische neue Aushängeschild des Vereins.